Palfinger bietet mit dem Paltreifkran Kipper Konzept eine optimale Lösung für das Baugewerbe und den kommunalen Bereich. Durch zwei angetriebene und zwei gelenkte Achsen ist dieses wendige und kompakte Gesamtpaket sowohl für die Straße als auch für unebenes Gelände perfekt geeignet. Mit dem frontmontierten Knick am Kran kann das durchdachte Fahrzeug eigenständig be- und entladen werden. Die Funkfernsteuerung ermöglicht eine einfache und komfortable Kranbedienung. Der an der Kransäule montierte Hochstand bietet maximale Übersicht für jeden Einsatz. Der Palfinger Ladekran und der vielseitig einsetzbare Drei Seiten Kipper eignen sich ausgezeichnet für Montageeinsätze, Erdbewegungsarbeiten, Baustofftransporte sowie zum Transport von kleineren Baumaschinen. Ettlich, Vorab niño Helsektka, Auskauber, Eisburg Pallfinger